Mein Name ist Walter Morgan. Ich bin mit dem Postal-Service. Ich habe dir ein Messer auf deine Antwort-Maschine vorhin diese Woche gelegt. Hat die dort hinten im Rekor... Kartons stehen gehabt? Das sieht doch bald so aus. Äh... Oh-oh. Oh-oh. Ich glaube, jetzt kriegt man Ärger, hä? In welches Büro? Wir sind bald zu Hause. Wir benutzen Postal-Service-Property für persönliche Gewalt. Oh. Okay. Das klingt rechtlich. Frau Weiss, ich bin sicher, dass du nur hier arbeiten hast. Aber ich vertraue, dass du nicht die Verantwortung von einem Postal-Service nehmen kannst. Genau. Ich habe nämlich einen Brief mal nicht genommen, weil er nicht rankiert war. Ich dachte eigentlich, wir kriegen Ärger, weil wir für unseren Dad arbeiten. Frank Coleman... Frank Coleman... Ist das schlimm? Warte mal, der Frank... Frank war... Der Krummel... Der Einsiedler-Krummel, ne? Der Krummel... Der Krummel... Der Einsiedler-Krummel, ne? Der Krummel... Ja. Der Krummel... Nein. Der Krummel... Der Krummel... Entziehen Sie, Burt. Just like todays weather. Gott sei dank der Song mal wieder. Den haben wir ja schon lange nicht mehr gehört. Ich hab' ihn reingelaufen, sag' ich nicht. Danke. Ich guck erstmal auf den Lab, was wir alles anliegen haben. Das Paket, das können wir gleich mitnehmen. Und dann fahren wir hier unsere Runde mal so rum ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist leichter als ich dachte. Was halt auch noch cool wäre, wenn du die dann so ein bisschen drehen könntest und so angucken könntest. Was halt auch noch cool wäre, wenn du die dann so ein bisschen drehen könntest und so angucken könntest. Da kriegt man bestimmt auch noch einen auf den Deckel. Was in den 80er Jahren noch nicht gang und gäbe, dass man dafür unterschreiben musste. bis zum nächsten Mal. Okay. So, mal sehen, was der zu unserer Filmauswahl sagt. So, mal sehen. Hey, hier ist ein Paket. Danke, bis zum nächsten Mal. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Das ist ein Paket. Welche Richtung wollen wir fahren? Ach, die Witchcraft mal wieder. Witchcraft. Lalalala, Witchcraft. Scheiße, wir sollten mal mit mehr Fotos machen. Komm, da schlafen wir hier mal zwei. Wir fliegen mit einer Klappe. Den Berg hat man schon, aber scheiße. Wir kriegen den Film jetzt voll. Witchcraft. Uuuuh, Witchcraft. Uuuuh. Ups. Wenn man überlegt, wo wir lang fahren, aber hier rum. Hier das Feld, das können wir auch mal fotografieren. Da hinten am besten mit der Scheune und dem Silon, dem Windwater. Da hinten am besten. Da hinten haben wir jetzt, wir haben durch. Ach, falsche Seite reingeforben. Trottel. Das müsste ja hier unten die Kifferbrigade sein. Ihr habt wieder neues Papier, meine Freunde. Die hatten wir ja auch schon abfotografiert. Wo ist denn dein Kau? Here's the mail. Thanks. On your own today? Sorta. Mickey's in the RV. He hardly slept last night. Said he had hallucinations of rotten fish in the RV. Did he have too much of the stuff that makes you feel funny? Well, actually, when I went outside this morning, there was this huge rotting lake trout right below our window. Totally grossed me out. How does something like that end up there? Ew! Disgusting! Dein Verdacht? Ne. Wüsste nicht mehr, dass das sein soll. Haben wir da schon mal in irgendeinem Gespräch, was davon gehört. I have no idea, how that happened. Hold on. Mickey's gotta read this. Mickey! Wake up, honey! Leave me alone. I'm still shipfaced. It's a letter from Damien. Oh, right. Yeah, okay. Give me that. Looks like we won't be here much longer. Oh, really? Where are you going? We're going to Canada. We will be picked up this Thursday, early in the morning. Canada? For good? Joan? Are you running your mouth again? I'm sorry, sweet Meredith. Gotta go. Hey, you know what? You should come by Wednesday. Our last night here. We'll build a campfire, have a drink, maybe a puff or two. You know. And talk about the meaning of life, of course. The complete outdoors experience. Oh, cool. Yeah, why not? Joan! Awesome! Gotta run. See you Wednesday after sundown. . Uh-huh. 'll. Was? Wir zu dritt? No. Und wirklich interessant werden, besonders wenn er dann immer, immer gleich rumlabert. Was uns das nix angeht. jetzt richtig richtig rum egal Hotel hat die Worm noch nicht fotografiert. Ah, da stehe ich vielleicht ein bisschen beschissen da, aber... Hm.